Ach, guck an. Ja, das passt ja hervorragend. Ich bin gerade auf dem Weg ins Studio rüber und will das Film-ABC drehen. Heute haben wir nämlich so ein richtig tolles Thema. L wie Long Take. Ich nehme mal an, ihr wisst noch nicht, was es ist, aber das Gute ist am Film-ABC, hier geht es ins Studio rein, dass ihr bei mir ja immer richtig viel lernt. So, und deswegen würde ich sagen, fangen wir gar nicht groß an, rumzuschwafeln. Los geht's mit der heutigen Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich mal eine kleine Anekdote erzählen. 2006, da saß der, ah, nicht mehr ganz so kleine David Hine im Kino und hat sich Children of Man angeguckt. Das ist ein Film, den ich bis heute verehre. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Unter anderem, weil da mitten im Film diese Szene hier kommt. Ich fand das wahnsinnig faszinierend, total berauschend. Diese Szene hat mich förmlich reingezogen in den Film. Ich konnte nur nicht genau sagen, woran das lag, was mich daran so gepackt hat. Später im Film gibt es dann, naja, eine sehr ähnliche Szene, die mich wieder so in den Film reingezogen hat. Und da wurde mir dann irgendwann bewusst, dass hier irgendwas komisch ist. Und zwar genau in diesem Moment. Was da passiert ist, ist, dass Blut auf die Linse spritzt. Und ich dachte damals, Moment mal, normalerweise würde in jedem anderen Film, würde da der Regisseur sagen, oh nein, da ist jetzt Blut auf der Linse, lass mal nochmal von vorne anfangen. Bis ich merkte, die können ja gar nicht nochmal von vorne anfangen, weil das seit drei oder vier Minuten einfach durchläuft. Unsere Gehirne haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass das Kino mit vielen Schnitten arbeitet. Und dabei muss es nicht immer wie in einem Transformers sein, wo alle zwei Sekunden ein Schnitt passiert, sondern auch, du kannst in ganz normalen Gesprächssituationen, kannst du darauf wetten, dass da mindestens alle zehn Sekunden ein Schnitt passiert. Gespräche sind immer, wie hier im Schweigen der Lämmer oder in der großartigen Szene in Heat, immer im Schnitt-Gegenschnitt-Verfahren gedreht. Das heißt, immer eine Person ist abwechselnd zu sehen. Action-Filme versuchen wiederum, den großen Produktionsaufwand dadurch zu kaschieren, indem man wahnsinnig viele Schnitte reinhaut. Das hier ist zum Beispiel eine Action-Szene aus dem aktuellen Film Mile 22. Und da fällt auf, dass im Grunde nichts auffällt. Da fällt nur noch auf, dass ihr nichts mehr mitbekommt. Und spätestens als Regisseure kamen, die vorher in der Werbung gearbeitet haben, wie zum Beispiel Michael Bay, Tony Scott oder sein Bruder Ridley Scott, hat sich das Kino so verändert, dass wir nur noch mit Style und vielen Schnitten arbeiten. Es gibt aber auch Regisseure, die sich gegen diesen Trend stellen. Und damit sind wir beim heutigen Buchstaben, nämlich L wie Long Take. Der Long Take ist übrigens einer dieser Begriffe, die ihr vielleicht auch unter anderen Namen kennen könntet. Tracking-Shot ist zum Beispiel so ein Name. One-Shot oder Sequence-Shot gibt es noch im Amerikanischen. Ansonsten im Deutschen wird das Ganze auch häufig Plansequenz genannt. Und Planung ist im Grunde das Wort, was es am besten beschreibt, was es mit dem Long Take auf sich hat. Long Take bezeichnet im Grunde eine Szene, die am Stück gedreht ist. Und zwar ohne Schnitte. Und das Besondere ist dabei meistens, dass die Kamera und die Akteure sich mit dem Geschehen mitbewegen. Und dadurch wird das Ganze im Grunde so komplex, dass der Long Take mittlerweile zu der absoluten Königsdisziplin des Filmemachens zählt. Ich zeige euch mal ein Beispiel, dann dürftet ihr relativ schnell begreifen, was damit gemeint ist. Das hier ist eine der legendärsten Filmszenen der Filmgeschichte, nämlich aus Martin Scorsese's Goodfellas. Da bewegt sich der Gangster Henry von draußen mit seiner Freundin vor einem Club in diesem Club. Vorbei an den Türstehern, durch die Küche hindurch und irgendwann landet er dann mitten im Clubgetümmel. Und das wird innerhalb von drei Minuten gezeigt, ohne einen einzigen Schnitt. Und ich weiß, das sieht gar nicht mal so problematisch aus. Ihr werdet euch denken, ja, die laufen einfach hinter den Leuten her. Aber ihr müsst verstehen, die Leute zu koordinieren, die da alle durchs Bild laufen, dabei die Schärfe zu halten auf den beiden und das Licht unter Kontrolle zu halten und dass das Mikrofon nicht reinragt. Das sind alles kleine Details, die da beachtet werden müssen. Und wenn eines dieser Details nicht funktioniert oder aus der Reihe tanzt, dann müssen die nochmal von vorne anfangen. Um das zu vermeiden, muss man proben. Und zwar meistens schon mehrere Wochen vorher. Proben kosten allerdings Zeit. Und Zeit, ja, das bedeutet in Hollywood Geld. Und zwar sehr viel Geld. Und um das zu sparen, sagen sich ganz viele Filmemacher, boah, warum sollte ich mir diesen Aufwand geben? Dann arbeite ich doch halt lieber mit vielen Schnitten. Ne, Michael Bay? Sieh doch, ich hab da im Auge! Wie viel Aufwand das zum Teil bedeuten kann, das zeigt zum Beispiel auch diese Szene hier. Das ist aus Revenge of the Warrior eine der besten Action-Szenen aller Zeiten. Tony Jaa kämpft sich da durch ein mehrere Stockwerke hohes Gebäude vorbei an Gangstern und der Einrichtung, die währenddessen zerstört wird. Das Ding ist, die Macher mussten diese Szene achtmal wiederholen. Vier Tage lang haben sie daran gedreht. Und das müsst ihr euch das so vorstellen, die mussten immer wieder die Dinge, die da zerstört wurden, aufbauen. Also ich hab da echt Begleit bei den Leuten, die da ranarbeiten mussten. Noch krasser ist da eigentlich nur diese Szene aus John Boos legendärem Klassiker Hardboiled, wo die sich drei Minuten lang durch ein Krankenhaus ballern. Und diese Szene hier ist besonders interessant. Da gehen Shaoy und Fat und ich weiß nicht, wie der andere heißt, gehen in den Fahrstuhl rein und es sieht so aus, als würden sie nach oben fahren. Machen sie aber gar nicht. Die bleiben auf demselben Stockwerk, um das besser kontrollieren zu können. Die Tür geht auf und währenddessen haben die Arbeiter im Hintergrund schnell den Flur wieder sauber geputzt und sie gehen dann in die andere Richtung. Da müssen wir mal drauf achten. Die hatten gerade mal 20 Sekunden, um den ganzen Müll da wegzubekommen. Die Geschichte des Films hat dank des Wahnsinns mancher Regisseure und dank des Long Takes einige der größten Momente aller Zeiten hervorgebracht. Das hier ist zum Beispiel eine fast sechsminütige Sequenz aus dem Film Abbitte, wo die Kamera den Akteuren über den Strand von Dünenkirchen folgt. Vorbei an Pferden, die erschossen werden, an einer singenden Gruppe von Soldaten und hunderten von Extras und kleinsten Details. 4 Minuten und 30 Sekunden in einem der wohl krassesten Fights aller Zeiten im Film Creed gab es vor ein paar Jahren. Da lässt der Regisseur Ryan Coogler die Kamera wirklich ohne Unterlass auf den Gesichtern der Akteure und zeigt auch, wie sie ins Gesicht gepanscht werden. Das ist tatsächlich in Hollywood, für mich habe ich das noch nie gesehen vorher. Und das hier ist ein Beispiel aus einem sehr aktuellen Film. Auf Netflix könnt ihr euch gerade Outlaw King angucken. Das ist im Grunde so wie so eine Fortsetzung von Braveheart. Den fand ich tatsächlich sehr gut. Und der beginnt mit neun Minuten ohne einen zumindest sichtbaren Schnitt. Und falls ihr euch fragt, neun Minuten sind eigentlich gar nichts. Denn einige besonders irre Filmemacher haben längst alle Grenzen gesprengt. Es gibt mittlerweile ganze Filme, die in einer Einstellung gedreht wurden. Als jüngstes Beispiel kann man vielleicht Viktoria nennen. Der kam 2015 in die deutschen Kinos und ist für mich einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Da haben die ohne Scheiß 140 Minuten, also über zwei Stunden am Stück gedreht. Das ist also wirklich krass. Und ihr wusstet das vielleicht nicht, aber der Kameramann von Viktoria steht hinter meiner Kamera. Der dreht auch gerade in einer Einstellung. Als einer der Ersten hat wie immer Alfred Hitchcock mit den Möglichkeiten des Mediums herum experimentiert. Der hat schon 1948 in Cocktail für eine Leiche versucht, einen ganzen Film in nur einer Einstellung zu drehen. Allerdings gibt es im Vergleich zu Viktoria zwei gravierende Unterschiede. Zum einen findet die ganze Handlung nur in einem einzigen Raum statt. Das heißt, die Kamera muss gar nicht großartig mit den Akteuren herumrennen. Und das Zweite ist, Alfred Hitchcock trickst. Tatsächlich gibt es im Film nämlich Schnitte. Die sind, ja, sagen wir mal so, nicht ganz so gut versteckt. Hier seht ihr zum Beispiel, dass sich die Akteure immer wieder mit dem Rücken zur Kamera ranbewegen. Und immer dann, wenn die Kamera völlig verdeckt ist, also das Bild schwarz geworden ist, schneidet Alfred Hitchcock. Im ganzen Film sind insgesamt elf Schnitte versteckt. Aber nicht mit mir. Mir, Fuchs, ist das direkt aufgefallen. Dank moderner CGI-Technik sind solche Sachen heute deutlich besser zu verstecken. Und das nutzen dann auch ganz viele Filmemacher. Unter anderem zum Beispiel in Birdman. Der sieht so aus, als wäre er in einer Einstellung gedreht, ist er aber tatsächlich auch nicht. Da wird ganz viel getrickst. Unter anderem mit Hilfe des sogenannten Whip-Cuts. Das heißt, die Kamera wischt einmal zur Seite. Und immer dann, wenn das Bild gerade am meisten verschwommenen Punkt ist, dann wird geschnitten. Und zwar genau hier. Und Filme wie zum Beispiel Spectre benutzen das ganze Spektrum an Möglichkeiten, um solche Schnitte zu verstecken. Hier seht ihr zum Beispiel, dass der Hintergrund komplett per CGI eingearbeitet ist, damit Daniel Craig nicht wirklich an einem Häuserrand herumlaufen muss. Es gibt einen Whip-Cut. Und das hier passiert auch ganz häufig. Personen, die am Bild vorbeilaufen, verstecken auch den Schnitt. Allerdings muss man nicht immer direkt auf Computereffekte zurückgreifen. Das geht zum Beispiel auch ganz einfach mit guter, ehrlicher Handarbeit. Hier zum Beispiel in Pulp Fiction läuft Bruce Willis einfach nur geradeaus durch diesen Zaun. Da würde der Kameramann normalerweise niemals mit seiner Steadicam durchkommen. Deswegen hat das Team vorher einen beweglichen Zaun gebaut, der in dem Moment, wo der Kameramann da durch muss, zurückgezogen wird an der Seite. Nochmal einen Schritt weiter geht zum Beispiel Martin Scorsese. Der hat ein ganzes Set nachbauen lassen für Hugo. Und damit die Kameramänner sich da vernünftig drin bewegen können, seht ihr das hier, dass die Wände sich zurückfahren lassen. Und dass es tatsächlich noch krasser geht, seht ihr hier in der aktuellen TV-Serie Kidding mit Jim Carrey. Da könnt ihr mal sehen, was für ein krasser Aufwand passiert, damit so eine Szene entsteht. Die Leute wuseln im Hintergrund immer genau da, wo die Kamera gerade nicht hinguckt und ackern sich einen Wolf, damit das gerade so funktioniert. Also ihr könnt euch vorstellen, da ist ein unglaubliches Timing gefragt, damit das alles vernünftig abläuft. Meine absolute Lieblingsszene mit dem absoluten Lieblingshintergrund ist aber die hier, die möchte ich euch noch unbedingt zeigen. Die ist aus meinem Lieblings-Action-Film The Raid 2. Da fährt die Kamera aus einem Auto heraus, fliegt quasi rüber zum nächsten Auto, in dieses Auto herein, durch das Auto hindurch. Und ich dachte, wenn man das alles gesehen hat, wie haben sie das denn gemacht? Der Trick ist aber tatsächlich wirklich genial. Die haben einen Mann als Autositz verkleidet, der die Kamera durchgibt zu einem anderen Mann, der unten am Auto angeschaltet ist. Wahnsinn. So, das nächste Mal, wenn ihr jetzt im Kino seid und merkt, oh krass, was ist da los, da ist gar kein Schnitt, dann wisst ihr jetzt, a, das ist eine Plansequenz, ihr wisst aber auch, warum das normalerweise nicht so häufig zu sehen ist, wisst dann vielleicht aber auch ein bisschen mehr zu schätzen, was da für ein krasser Aufwand hinter steckt. Wie zum Beispiel in der eingangs erwähnten Szene von Children of Man. Die wurde nämlich tatsächlich so realisiert, dass die einen riesigen Koloss von Kameragerüst um dieses Auto herum gebaut haben, wo sechs Leute alleine für verantwortlich waren, damit das alles funktioniert. Das nenne ich mal Hingabe und das ist Kino. Und das hier war das Film-ABC. Wie ihr gesehen habt, habe ich den Begriff von euch dieses Mal übernommen. Das könnt ihr gerne wieder machen, in die Kommentare reinschreiben. Dann mache ich das beim nächsten Mal vielleicht wieder. Ich weiß es nicht, aber ist ja Weihnachten, da kann sich ja jeder was wünschen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.